Bahnsteig 5 B bis E, All-City 164 nach Zürich-Iberzell am See, Wörl-Hauptbahnhof und Innsbruck-Hauptbahnhof fährt ein. Die erste Klasse befindet sich in Sektor B und C. Attention please, New City 160 for you, Zürich, bei der Wörl-Hauptbahnhof und Innsbruck-Hauptbahnhof is arriving at platform side E to E. The first Klasse is located in Sektor B und C. Die erste Klasse ist in Sektor B und C. der Klasse ist in Sektor B. Die erste Klasse ist in Sektor B und C. Sie folgen sind in Sektor B und C-I. Sie folgen dicht an Ärzte.